Mutti hatte Wortschicken lassen, dass Severus um zwei Uhr zu Hause sein wird, also apparierte Hermine ein paar Minuten vorher und ging vorsichtig auf Spinners End zu. Wie ein Ort so trostlos selbst im Sommer sein konnte, erstaunte Hermine immer wieder. Es war, als ob Severus' Persönlichkeit ansteckend war. Die Tür war geschlossen. Hermine klopfte leise und wartete dann. Seit er nicht mehr länger ein Professor war, war Severus' Höflichkeit komplett verschwunden. Er ließ ab und zu Ordensmitglieder für über eine Stunde vor seiner Tür warten. Fred und George hatten einmal versucht, einfach einzubrechen und sind übersät mit Pustern auf ihrem ganzen Körper wieder zum Rimmauplatz zurückgekehrt. Hermine stand zwei Minuten da und wartete, bevor sie ein Buch herauszog und sich damit abfand, zu warten. Sie schaffte es, zwei Kapitel in ihrem Psychologiebuch zu lesen, bevor die Tür abrupt aufgerissen wurde. Sie stand auf und folgte den aufgeblähten Hoben, die schon um die nächste Ecke verschwanden, ins Wohnzimmer. Severus hatte bereits in einem sehr qualvoll, unbequemen Sessel Platz genommen, als Hermine ankam. Sie platzierte sich auf der Kante einer der anderen Sessel und schaute ihn an. »Kobold geschmiedete Klingen durchwoben mit Basiliskengift, wäre das genug, um ein Hock-Hock zu zerstören?« fragte sie und entschloss sich dazu, sich die grundlegenden Höflichkeiten des Smalltalks zu ersparen. Severus blinzelte, und seine alabasterfarbenen Augen waren wie immer undurchdringlich. Sie konnte fast die Oklomentikmauern dahinter sehen. »Das Schwert von Gryffindor«, sagte er nach einem Moment. Hermine nickte. »Ich glaube schon«, sagte er langsam. Er verschränkte seine Finger und sah nachdenklich aus. »Obwohl wir es nicht sicher wissen können, bevor wir nicht einen Hock-Hucks finden.« Hermine nickte mit einem leichten Seufzern. Severus Lippen verzogen sich, und er schnaubte leicht. »In Zeiten wie diesen frage ich mich, wie sehr Albers die Geschehnisse über die Jahre hinweg manipuliert hat«, sagte er. Hermine schaute ihn überrascht an. »Du denkst, das zweite Jahr war absichtlich?« Er winkt mit einer kurzen Geste ab. »Bei Albers kann man es nie genau wissen. Aber es ist auf mysteriöse Weise praktisch, dass wir eine solche Waffe in unserem Besitz haben«, sagte Severus. Dann wurde sein Gesichtsausdruck harsch. »Er war immer recht selbstbewusst in seinen Manipulationsfähigkeiten. Vielleicht, wenn er weniger geheimnisvoll gewesen wäre, würden wir jetzt nicht den Krieg verlieren.« »Was meinst du?« Severus schaute sie an. »Du weißt, dass die Verletzung von dem Ring tödlich gewesen ist. Ich habe Trinker vorbereitet, um den Fluch einzugrenzen, aber sein Tod war unausweichlich in dem Moment, wo er seine Hand darauf gelegt hatte. Er hat einen Abgang für das Ende des sechsten Jahr geplant. Er hat sogar gefordert, dass ich ihn töte, anstatt dass ich ihn für die letzten Wellen des Fluches übrig lasse. Er hat auch vermutet, bevor das Schuljahr überhaupt angefangen hat, dass Draco darauf angesetzt worden ist, zu versuchen, ihn zu töten. Hermine schaute ihn geschockt an. »Albers ist sich so sicher gewesen, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er nicht die nötigen Vorkehrungen getroffen hat«, fuhr Severus fort. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass er vergessen hat, zu erwähnen, dass es Horcruxe gibt, nachdem er von einem verflucht wurde. Es ist wahrscheinlicher, dass er geplant hat, Potter zu informieren durch eine Reihe von vagen Hinweisen. Er hat wesentlich mehr über den dunklen Lord in seinen jungen Jahren gewusst als irgendjemand anderes, aber er hat sich nie dazu berufen gefühlt, solche Dinge mit anderen zu teilen. Severus' Gesichtsausdruck wurde verbittert und schien weit in der Ferne zu sein, als er still wurde. »Er wusste, dass Draco versuchen würde, ihn zu töten?«, fragte Hermine. Sie fühlte sich durch diese Offenbarung wie niedergeschlagen. »Wusste es, vermutete es«, sagte Severus mit einem leichten Nicken. »Es war schwer, den Unterschied zu erkennen, wenn es um Albus ging, aber ja, er hatte es erwartet. Und glücklicherweise für all seine Pläne hat Draco viel schneller und entschiedener gehandelt, als sogar Albus erwartet hat. Man könnte denken, dass ein Zauberer, der so alt gewesen ist, sorgfältiger gewesen ist, aber offensichtlich nicht. Sein übermäßiges Selbstbewusstsein ist ein Nachteil von allem, das er schon überlebt hat gewesen. Severus schaute zu Hermine hinüber. »Was hat dich denn plötzlich an das Schwert von Gryffindor denken lassen?« erkundigte er sich. Sein Ton war auffällig gleichgültig. Hermine traf seinen Blick. »Eine Verletzung, die mir über den Weg gelaufen ist, hat mich auf die Idee gebracht«, sagte Hermine. »Tatsächlich«, sagte Severus mit hochgezogenen Augenbrauen. Hermine warf ihm einen Blick zu. »Du weißt Bescheid über Dracos Bestrafung?« »Natürlich. Ich hatte die wundervolle Aufgabe, Naginis Gift zu extrahieren. Alistair hat erwähnt, dass du ihn behandelst. Ich war überrascht, das zu hören.« »Es ist nicht so, als ob er die Verletzung versteckt hätte können. Hast du bemerkt, wie ernst sie ist? Tom hat vorgehabt, ihn mit dunkler Magie zu vergiften. Als ich es herausgefunden habe«, Hermine wurde für eine Minute still. »Ich wünschte, du hättest mich darüber informiert, damit ich früher hätte anfangen können.« Severus war still und abschätzend, als er Hermine betrachtete. »Du verwendest es«, sagte er schlussendlich. »Hermine«, Hermine errötete leicht und traf seinen Blick. »Ja«, sagte sie. »Es erschien logisch, es zu tun. Du hattest recht, er ist isoliert. Er wäre fast aus der Haut gefahren, als ich das erste Mal meine Hände auf ihn gelegt habe, um ihn zu heilen.« »Wenn du jahrelang von Bellatrix Lestrange ausgebildet worden wärst, wärst du vermutlich auch zusammengezuckt, wenn dich jemand berühren würde«, sagte Severus trocken. Hermine blieb einen Moment still, um abzuwägen. »Was weißt du über seine Ausbildung? Er hat Sachen gesagt. Ich, ich verstehe nicht. Die Gewalt, die angewendet wurde, schien übermässig, sogar für Todesserstandarts.« Severus Mund zuckte. Er war ursprünglich rekrutiert als Bestrafung für Lucius' Versagen. Im Gegenzug dafür, glaube ich, hat der dunkle Lord Bella recht viel Freiraum bei ihrem Ausbildungsmethoden gelassen. Sie zweifelte meiner Loyalität an, also war es kein Vorgang, bei dem ich zur Beratung hingezogen wurde. Ich weiß, dass Draco trotz der Brutalität zielstrebig war. Er hat es hingenommen und kam immer wieder zurück, selbst als es nicht mehr länger notwendig war. Er war dazu entschlossen, in den Rängen aufzusteigen. Er war die jüngste Person, die jemals das Mal erhalten hat. In der untersten Schicht zu sein, gefällt dein Malfoy's nicht so. Gab es irgendjemand, dem er besonders nah stand in der Vergangenheit? Jemand, der gestorben ist? Um den er sich gesorgt hat? Sein Motiv? Es fühlt sich manchmal wie eine Sühne an. Severus hob seine Finger an und presste sie nachdenklich gegen seine Lippen. Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Zumindest nicht unter seinen Hauskameraden, sagte er nach einer Minute. Hermine seufzte. Was ist mit seiner Mutter? Er hat sie erwähnt, als er das erste Mal sein Angebot gemacht hat. Narzissa hat sich nach Lucius' Festnahme sehr zurückgezogen. Ich habe sie danach kaum noch gesehen und wenn, dann schien sie recht verschlossen. Wenn sie Widersprüche dagegen gehabt hat, dann habe ich nie gehört, wie sie sie eingelegt hat. Sie schien recht liebevoll damals in Hogwarts, sagte Hermine. Sie legte ihren Kopf schräg, als sie versuchte, sich an die Details von Narzissa Malfoy zu erinnern. Aber es war alles über die Eulenpost. Es schien nicht so, als ob sie in seinem Namen irgendwie in die Ausbildung angegriffen hätte. Lucius' Gefangenschaft hatte recht einschneidende Auswirkungen auf sie. Endlich, wie er tot ihn beeinflusst hat. Hermine erschauderte, gleich bei dem Gedanken an Lucius. Also haben beide Malfoy einfach links liegen lassen, schloss sie daraus. Er tat ihr fast leid. Sie unterdrückte das Mitleid und wechselte das Thema. Lucius hat Ginny letzte Nacht fast getötet. Wir wissen immer noch nicht, wie er sie aufgespürt hat. Es gibt genetische Spurzauber, sagte Severus nachdenklich. Es ist extrem dunkle Magie und fordert seine Opfer. Wie dem auch sei, ich würde Lucius' Entschlossenheit nicht unterschätzen. Gibt es Möglichkeiten, sie abzublocken? Ich werde Moody ein Buch schicken. Ich kann mir vorstellen, dass die Weasleys nicht besonders empfänglich für irgendwelche Schutzrituale sind, die von mir vorgeschlagen werden. Oder von dir. Hermines Mund spannte sich an und sie schaute weg. Sie fühlte sich verletzt von der fairen Einschätzung. Ihre Empfänglichkeit für dunkle Magie und ihre andauernde Verteidigung von Severus hat ihr schon einiges an Glaubwürdigkeit bei ihren Freunden gekostet. Sie schluckte den Schmerz hinunter und wechselte abrupt das Thema. Ich habe endlich das Gift in Ruhe neutralisiert. Ich werde morgen Abend die Schnitte schließen. Hast du irgendwelche Vorschläge? Severus schnaupte. Ich bin mir sicher, dass deine geplante Behandlung das Beste ist, auf das er hoffen kann. Hermine starrte Severus an. Sie hatte das Gefühl, dass sie etwas übersah. Alles klar, sagte sie und stand auf. Sag mir, was hältst du jetzt von Draco? Hermine pausierte und scharrte zurück zu Severus. Seine Augen waren verengt. Fast misstrauisch. Ihre Lippen zuckten. Bevor sie sich bereit fühlte zum Sprechen, presse sie ihre Lippen für einen Moment zusammen, während sie ihre Gedanken sammelte. Sie striff eine lose Locke hinter ihr Ohr. Er ist einsam. Und über irgendetwas wütend. Ich denke, dass er besser sein will, als er ist. Du hattest recht. Da ist etwas an mir, das ihn anzieht. Er versucht das zu unterdrücken, aber er scheint sich nicht helfen zu können, nachzugeben, wenn er die Chance dazu hat. Severus beobachtete sie und Hermine fragte sich, ob ihr Ausdruck sehinter ging. Interpretier das nicht als Loyalität, sagte er nach einem Moment. Das tue ich nicht, sagte sie und spielte mit dem Saum ihres Shirts. Mir ist bewusst, dass es bis jetzt noch nichts von Bedeutung ist. Es ist keine Art Einfluss. Aber ich hoffe, dass wenn ich vorsichtig bin, dass ich vielleicht dazu in der Lage sein werde, einen Nutzen daraus zu ziehen. Emotional ist er verletzlich. Es gibt niemanden, dem er vertrauen kann. Ich glaube nicht, dass er irgendjemanden hat, der sich um ihn sorgt. Ich denke, mit der Zeit wird er nicht mehr dazu in der Lage sein, sich selbst davon abzuhalten, sich so zu fühlen, als ob er mich braucht. Er hat erwähnt, dass durch die Runen, wenn er Dinge jetzt haben möchte, es schwieriger für ihn ist, sich davon abzubringen. Ich denke, dass ich vielleicht dazu in der Lage sein werde, das irgendwann zu benutzen. Severus Mund zuckte. Das Misstrauen verschwand aus seinen Augen, aber seine Miene wurde kalt. In diesem Fall, wenn du erfolgreich bist, dann zerstörst du entweder den Orden oder rettest ihn. Ich hoffe, dass du realisierst, wie gefährlich er ist. Wenn du seine aktuellen Ambitionen ersetzt... Severus pausierte für einen Moment. Wenn der dunkle Lord ihn nicht zähmen konnte, würde ich dir nicht raten, von dir selbst zu glauben, dass du es tun kannst. Hermine zuckte leicht zusammen und sie starrte in die kalte Feuerstelle. Sie spannte sich an, bis ihre Beine zitterten. Sie hatte Probleme damit, nicht zusammenzubrechen. Wut brannte durch sie hindurch, wie bei einer Explosion. Du hast mir gesagt, dass ich ihn loyal machen soll. Du warst derjenige, der mir vorgeschlagen hat, seine Interessen zu erkundschaften, sagte sie mit knapper Stimme. Und jetzt nennst du mich wahnsinnig und du beschuldigst mich, deinen Orden zu gefährden? Ich habe gesagt, dass du sein Interesse aufrecht erhalten sollst. Du versuchst, ihn von dir abhängig zu machen, sagte Severus mit einem Ton, der aus purem Eis war. Der Unterschied darin ist tiefliegend. Mit allem Respekt, die Malfoys sind eher Drachen, als dass sie Zauberer sind. Sie teilen nicht. Sie sind besessen von dem, was sie als ihr Eigentum ansehen. Weißt du, wen Lucius gebraucht hat? Narcissa. Wenn du erfolgreich mit dem bist, was du versuchst, wird er dich niemals gehen lassen. Und er wird es nicht akzeptieren, für dich an zweiter Stelle zu stehen. Egal, um wen oder was es geht. Hermines Herz stolperte leicht. Sie konnte das kalte Grauen spüren, das sich von ihrem Nacken aus ausbreitete und über ihren Trapezmuskeln hinterlief. Sie straffte ihre Schultern und traf Severus' Blick. Sie holte tief Luft. Er besitzt mich bereits, sagte sie mit bitterer Stimme. Jetzt und nach dem Krieg. Das waren die Bedingungen. Sein Tod ausgenommen. Wann exakt hätte ich jemals von ihm freikommen sollen? Wir brauchen seine Informationen. Ich kann ihn nicht mit einem halbherzigen Versuch interessiert halten. Es war schon von Anfang an alles oder nichts. Ihr alle habt zugestimmt, mich an ihn zu verkaufen. Hast du wirklich geglaubt, dass ich davon zurückkommen würde? Ihre Schultern zitterten leicht. Ich weiß nicht, wie ich sein Interesse aufrechterhalten soll, ohne eine Verbindung mit ihm herzustellen. Es ist die einzige Schwachstelle, die er hat. Wenn du denkst, dass es ein zu hohes Risiko ist, dann solltest du mit Mutti sprechen, denn ich sehe keine andere Möglichkeit. Ihre Stimme zitterte und brach immer wieder ab, als sie die letzten Worte herauszwang. Sie sog scharf die Luft durch ihre Zähne ein, als sie versuchte, sich selbst zu verruhigen. Er ist ein natürlicher Oklument und ein viel besserer, als ich es bin. Es gibt keine halbherzigen Optionen in meinem Karten, fügte sie hinzu. Severus sah überrumpelt aus. Das verändert Dinge, sagte er nach einem Moment. Jetzt verstehst du meine Schwierigkeiten, sagte sie und schaute nach unten auf den Boden. Es gibt keine Möglichkeit, wo ich etwas tue und wo ich mich dann später noch herausfinden kann. Wenn du denkst, dass ich die falsche Entscheidung treffe, dann solltest du es Mutti jetzt sagen. Er sagte nichts. Ich gehe dann am besten mal. Nachdem sie das Haus verließ, fühlte sie sich benommen und unruhig. Es war zu warm und zu beengend. Sie brauchte Raum zum Atmen. Sie schloss ihre Augen und apparierte zu dem Bach in Whitecroft. Sie sprang auf die Uferbank hinunter und setzte sich auf einen großen Stein, der neben einem dichten Schilf lag. Sie zog ihre Schuhe aus und ließ ihre Zehen ins Wasser sinken. Das beißende Gefühl des kalten Wassers fühlte sich wie Klarheit an. Sie wusste nicht, warum sie immer wieder herkam. Wahrscheinlich, weil es der einzige Ort war, wo sie sich nicht so fühlte, als ob sie etwas verstecken musste. Sie starrte auf das fließende Wasser und wiederholte Severus' Warnung in ihrem Kopf. Sie fühlte sich ratlos. Ihre ganze Hoffnung von Anfang der Woche fühlte sich so an, als ob sie irgendwo in ihrem Inneren gestorben war und anfing zu verrotten. Sie presste ihre Hände gegen ihre Augen und kämpfte darum, gleichmäßig zu atmen. Sie konnte jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Wenn Severus irgendwelche Alternativen oder Einwände hatte, konnte er sie mutig mitteilen. Sie konnte jetzt nicht ihre Taktik ändern, jetzt, wo sie endlich eine gefunden hatte, die funktionierte. Sie scharrte nach unten auf ihren gefallenen Gebetsturm. Sie fühlte sich so wütend, wütend auf die ganze Welt, sodass sie fast das Gefühl hatte, davon zerreißen zu werden. Sie war wütend auf Severus, weil er sie beschuldigte, den Orden zu gefährden. Auf Moody und Kingsley, weil sie sich dafür entschieden haben, sie zu fragen, eine Hure zu werden, obwohl sie gewusst haben, dass sie keine andere Wahl hatte. Auf Harry und die Weasleys, die sich weigerten, dunkler Magie zu benutzen und den Krieg bis zu dem Punkt gebracht haben, wo Hermine nicht mehr das Gefühl hatte, dass sie diese Chance ablehnen konnte. Auf ihre Eltern, weil sie hilflos waren und sie sie beschützen und sie aufgeben musste. Und auf Minerva, die so bestürzt für Hermine war, dass Hermine das Gefühl hatte, dass sie Minerva vor ihrer eigenen Traube beschützen musste. Hermine hatte schon immer geglaubt, dass sie alles für ihre Freunde tun konnte. Alles, um sie zu beschützen. Irgendwie hatten all die Dinge, die sie getan hatte, sie dazu gebracht, allein zu sein, bis sie sich so fühlte, als ob sie von einem gebrochenen Herzen sterben würde. Es sollte ein Limit geben, einen Punkt, an dem es aufhörte, wehzutun. Aber es schien nie aufzuhören. Es wurde einfach immer mehr und wenn jemand die Fassade anknackste, so wie Harry und Severus es getan hatten, dann wusste sie nicht mehr, wie sie sich selbst heilen konnte und niemand sonst schien zu bemerken, dass sie am Tag brechen war. Sie ließ sich selbst für fünf Minuten weinen, bevor sie Oklomentik benutzte, um all die ablenkenden Emotionen in eine Ecke in ihren Verstand zu schieben. Durch das Weinen fühlte sie sich etwas benommen und es verursachte Schmerzen in ihren Schläfen. Sie zog einen Schmerzlinderungstrank aus ihrer Umhängetasche und kippte ihn hinunter. Sie schloss ihre Augen und zwang sich dazu, aufzuhören, über Leute nachzudenken. Die Nachmittagssonne war in den Stein gesunken und er fühlte sich warm unter ihren Händen an. Der Geruch des Bachwassers und des Schlamms und der grüne, beißende Geruch des Schilfes erfüllte die Luft. Nach einigen Minuten schloss sie ihre Augen und legte ihren Kopf zurück, um die Sonnenstrahlen aufzunehmen. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal warme Sonnenstrahlen auf ihrem Gesicht gespürt hatte. Das Licht des Sonnenaufgangs war immer kalt, egal wie schön es auch war. Ihr gesamtes Leben war kalt. Nach ein paar Minuten raffte sie sich auf. Sie zog die Füße aus dem Wasser und ließ die Tropfen verschwinden, bevor sie zurück zum Klimaplatz ging. Der Geruch des Bachwassers Vielen Dank.